Hör mal, die Kamera ist hinter dir, eine Vollidio. Ich bin doch bescheuert. Karamelpudding. Damit ist der Überweisungsanschlag vorschlagbar. Ruhe jetzt, Ruhe! Hauptsache, der ist drin. Meine Erfahrung ist und ist durch Praxis erprobt, wenn der mal drin ist. Nun reden Sie doch nicht so einen Stuss jetzt. Jetzt sind wir zwölf bisher. Jetzt kommen drei hinzu. Das sind dann 17. Ein Theater.